das gebot würde ich nicht ablehnen so groß dass du es mit der lupe suchen muss mit sechs punkte oder sowas paar millimeter wenn gleich alle rum für die rettung mir zufallen wird glaubt ja ausgehen werden ein ihr habt euch hier bande geschaffen die ein leben lang halten werden andere flüssigkeit andere flüssigkeit dann drückt man auf den klopf oh ja das wird witzig das wird wird sich okay warte mal du musst den knopf gleich drücken und ich muss den bürfel fangen wobei ne warte mal drück mal kurz den knopf für den grill und dann okay gut da geht vielleicht nur der grill aus aber okay ich hole anlauf du drückst den knopf okay ich bin bereit okay ich laufe jetzt los perfekt beim ersten versuch man aber wenn er jetzt noch nie bleiben würde ich bin durch übrigens auch immer lustig wenn man die würfel einfärbt ja dann hüpfen die auch immer schön und am besten schön im blau und dann in irgendeinem glashaus sitzen ja naja im glashaus nicht mit nur füllen werfen ja auf jeden fall das sprichwort kenne ich auch ja ja war richtig mensch sie dir mal diese anlage an schön groß wie immer okay ich sehe viel schwarz einfach nur ja egal weiß ja nicht mal wie tief wir hier sind irgendwo in nirgendwo und ob diese menschenversuche hier legal sind sicherlich auch mal hier wir können darunter so viel steht schon mal fest ja ich sehe wasser oder was ähnliches warte warte ich bin ich bin mir nicht sicher okay wir brauchen einen würfel wo gibt es den würfel hier über uns gibt es den würfel und warte mal also ich weiß schon was wir machen müssen ja hier können wir wieder schwung aufbauen ja ja und dann am besten noch mal hier drüben warte mal ja ja warte reicht das müsste müsste ich drück noch mal hier drüben ach warte mal okay ich weiß wo wir auch noch was hin machen müssen ja das wird jetzt übel okay du musst gleich mich ganz kurz lenken und zwar warte mal ganz kurz ich mache jetzt jetzt noch mal gel richtig schön einglitschen jetzt hier ach wunderschön okay das müssen wir jetzt noch einmal für die andere seite machen ob das funktioniert so beziehungsweise am besten einfach von der decke okay so ich muss jetzt hier auf jeden fall speed aufbauen und ich glaube du bist so ja du müsstest mich dann glaube ich irgendwie heraus katapultieren und zwar richtung eins oder zwei ist egal eins der beiden dinge und der andere muss dann euch das andere durch ja verstehe muss ich jetzt alter sich das krank aus ja 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 ich kann es mir vorstellen du musst das in die richtung des lauf in das gelbe um ändern richtig ja ja richtig aber mein hellblau ist das habe ich schon mit aber ich muss eben aufpassen dass ich das im richtigen moment machen sonst wirst du gestoppt na das schon doch wieder warte alter ja leicht schnell so ok jetzt geh du mal in das ding rein ja wird erledigt also in die kammer 2 jetzt so dann musst du einfach für mich die brutale legen ja so auf der anderen seite am besten genau es sieht schön aus jack es sieht schön aus ich weiß ich weiß ich ich lauf hier ich freue mich ach wunderschön hat funktioniert dezent schnell dezent schnell ja das dürfte funktioniert haben ich will noch mal rennen war sogar noch so ein alter so ein alter würfel noch angesichts eures tempos bei diesem test glaube ich allmählich ihr teil der hingabe für die rettung gefangener weinender verletzter sterbender menschen nicht das nicht motiviert dann weiß ich auch nicht äh also das hatten wir eigentlich relativ schnell erledigt oder im keks motiviert jetzt immer ungemein ja ich meine wir sind ja roboter mit einer künstlichen intelligenz gott aber schön ich freue mich wir machen gute fortschritte ja irgendwie habt ihr schon einmal menschen gesehen sie sind genau wie man es sich vorstellt übel riechend widerlich anstrengend das ist richtig richtig da widerspreche ich nicht mal ja also da widerspreche ich nicht da ist schon was wahres dran ok hier gibt es beschleunigungs spiel besonders das mit dem stinken ja ja auf jeden fall vor allem die gamer weiß man ja ist ja bekannt wo ja doch zweimal dusch dann ist weihnachten da unten was man wieder da ist ein so gut wenn ich das geld aktivieren will schade ich dachte ich hätte die tools runter jagen nach warte mal ich kann da können wir aber kein portal setzen leider hatte mal so jetzt immer ganz kurz hier vorne ja ich weiß alt so sieht man aus wenn man alles nein das war ja toll müssen irgendwie das orange gelie vor und auf die strecke kriegen kannst du mal hier und bei dem gel also okay also erstmal hier hinsetzen ja und dann drüben und dann drücken ok ich weiß nicht ob das weit genug kommt ja doch 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 dass ich muss aber noch auf jeden fall noch mindestens einmal machen ok dass es schön verteilt ist ja ja hier ist gerade noch ein flicken teppich das wird schon passen das sollte reichen meins meine nein verdammt ok es funktioniert auf jeden fall schon mal hat fast gepasst jetzt müssen wir nur noch die portale umändern nicht besteht befreien wir die menschen richtig jetzt die frage mich nur umändern müssen wohin sollen wir die legen ok doch ich glaube ich weiß wohin ja aber auch ganz richtig schade kannst du noch mal zurück zu genau der strecke ich lebe noch ich lebe ich weiß warte mal spring jetzt mal durch ja und die opfern ihnen jetzt nämlich weil da stehen die ganze tumult da vorne rum danke 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 aber da müssen wir hin auf jeden fall lustig sein ja sollte es hallo glänz jack gel jack sollte das lustig sein ja ich fand es lustig okay wir müssen bin ich mir relativ sicher den hellen würfel also den spiegel würfel warte mal wo kommt der her oh gute frage der würfel kommt von da hinten ok nein ich habe den fall das falsche portal weg gemacht ja aber ich habe den hier ne hast du nicht nein schon wieder ist ach was du denn das ausprobieren schade der kommt nicht hoch genug ah ok wir können vielleicht den würfel beschleunigen so dass er halt immer durch diese laser schranke durch fliegt ja 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 was auch immer das nötig ich wette wir brauchen den laser um die tools wegzulasern möchtest du noch mal auf eine selbstmord mission gehen meinetwegen ich stehe hier sowieso schon parat auf geht's warte mal du müsstest hier irgendwie durch ich ziehe mir noch mal ein bandana an geh doch einfach dann mal durchs portal noch mal durch so und jetzt ok wir haben hier den cube ähm es muss wahrscheinlich einer hier über die schnelle strecke gehen und muss dann den laser wahrscheinlich ähm an den würfel in den laser halten beziehungsweise wir müssten denjenigen vielleicht wenn er nicht verdünnisiert werden würde ja da ist ja der grill okay die barriere richtig ähm dann gibt es noch eine möglichkeit und zwar wir müssten aber ich weiß nicht ach doch klar ich weiß wie das geht 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 kannst du bitte noch mal das blaue portal irgendwo das hellblaue bei dir irgendwo hinlegen ja ich weiß jetzt übrigens wie es gehen soll ok du musst mich gleich in der endlosschleife schicken und mir den würfel hinterher schmeißen das heißt äh ja großartig ja das heißt ich muss hier durchrennen du jagst oder beziehungsweise jagt dann hier vorne hoch ne und dann muss das portal geändert werden dass ich hier vorne bin und dann brauche ich den laser dann äh den würfel in der hand damit ich die tuwels hier wegschneiden warte 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 ich hole erstmal den würfel wow das war etwas schnell das heißt ich muss erstmal hier vorne ich muss jetzt hier vorne rüber erstmal warte ok dann mach das mal so und dann sag mal wie ich die fortale platzieren soll also ich muss hier vorne durchjagen ja also von hier aus nach hier ja jetzt müssen wir nur gucken wie ich dann an den würfel nämlich gleich drankomme ne genau aber sobald ich durch bin erst ok das machen wir jetzt erstmal ganz kurz zum ausprobieren ja auf geht ok jetzt fliege ich auf und runter ja du bist hoch genug ok jetzt müsstest du mir nur noch irgendwie den würfel zukommen lassen ich weiß nur nicht wie ach warte lass mich nachdenken denk nicht zu lange ich fall nämlich schon wieder runter stellierst du schon wieder sicher ja ähm warte mal ich platz die portale ach warte ich kann die doch genau jetzt rück einfach nochmal auf die würfeltaste ok den hab ich nicht gekriegt ja ich muss den kriegen wenn ich hier vorne bin dann krieg ich den jetzt nicht ja ok jetzt würde ich ihn kriegen wenn er jetzt fallen würde naja wird aber dauernd naja schade minimal zu lange nicht viel ahja 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 verdammt ich hab diesmal vergessen zu drücken ja warte 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 ok ne irgendwie krieg ich den nicht er ist zu weit weg oder ja irgendwie warte mal kannst du dich da vorne irgendwie fallen lassen dass der hier vorne reinfällt die idee hatte ich auch kann ich nicht kurzzeitig ein portal hier auflösen kannst du vielleicht deine portale hier unten austauschen nein nicht geschafft das wollte ich nämlich eben dass du die beiden portale hier auskaut dann kann ich nämlich rund ja dann ja dann musst du das ja gut wäre auch kein thema ich meine ja klar aber kannst du noch mal nach drüben gerade wow ja hast du die portale gesetzt oder ja auf auf und davon so und jetzt am besten einfach deine portale irgendwie da unten setzen ja das ist nicht ganz so leicht wie gesagt ja ja genau das andere nein das ging nicht schade ja und jetzt warte ich schick dich mal rüber ok so geht es zum beispiel also es würde funktionieren irgendwie aber das problem dabei ist ich komme dann immer nur an den würfel ja aber ich will dir dann den würfel durchgeben irgendwie wir probieren einfach mal aus also ja ja oh warte ok ok das funktioniert du bist ja theoretisch hoch genug dann kann ich mal den würfel hier holen das würde dir aber nicht direkt helfen weil du ja an den würfel nicht kommst zieh und ich kann dir den auch nicht anders irgendwie rüber schicken ah ich hab ne idee oder die fläche hier vorne die fläche hier vorne wenn du den da durchwirfst ach die oh gar nicht gesehen ok dann machen wir das mal und zwar einmal der der hier der hier ja der hier genau dann drücken wir den klopf und sehen mal was passiert vielleicht könnte ich den von hier aus kriege ach schwierig ja ja zu früh ok ey ich seh den vor allem gar nicht ne ich glaub das den kriege ich nicht aber echt ne ich hab mir vor als wäre das nur timing ne ich bin immer extrem weit davon weg ok gut wie gesagt ich kann das von hier aus schlecht einschätzen dann würde ich aber gerne nochmal wir können noch mal wir gucken noch mal ganz kurz ach das noch ein paar mal vielleicht kriegen ja weil ich würde auch noch mal gerne eine sache ausprobieren ok der fliegt zu hoch ok warte mal warte mal warte mal bleib da wo du bist ne das wollte ich nicht ich wollte erstmal den würfel haben ach warte eine sache fällt mir auch ein ich kann den doch hier im flug abfangen ja glaube ich warte lass mich überlegen und wie komme ich leider den würfel du musst den im flug abfangen ach warte ok ja warte du musst den im flug abfangen komm nochmal zurück komm nochmal zurück ja richtig jetzt frage ich mich nur wie du am besten hier zurück kommst ach so dann genau genau du bleibst jetzt einmal hier drüben und zwar machen wir folgendes jetzt muss ich echt überlegen jetzt muss ich wirklich überlegen ich habe hier ein portal wenn ich hier eins mache dann könntest du das ganze Ding doch im flug abfangen genau ja ja ich muss dem entgegen rennen warte warte du musst dann nur dein gelbes portal halt sofort ändern und dann muss ich das gelbe sofort ändern richtig ok bist du bereit ja ja gut dann würde ich sagen alles sitzt ja ok dann auf los gehts los ne ok timer setzen vielleicht setz den timer ja wir haben den timer ich will ihn setzen auf go du musst aber den knopf eher drücken ne ja ja sicher ja so jetzt hättest du nur irgendwie und tschüss ja jetzt hättest du nur irgendwie das gelbe portal auch mal umändern müssen ja du hattest aber den cube erst als du nein ich hab den noch vorher du hättest auch eher auf den knopf drücken müssen hör auf dich zu echauffieren und mach einfach weiter 1 zu früh mal hell also du musst schon 2 1 ja drück 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 du kannst laufen hast du ihn? ja aber ich bin zu tief es würde aber funktionieren glaube ich ich hab den ein bisschen zu spät glaube ich gekriegt achso weil ich vorher noch mal überlegt hatte abzubrechen und dann weiß ich das auf der Strecke dann Abbruch, Abbruch zu spät Panik ok da war schon der point of no return hier hier richtig warte ich muss dann das rot umlegen warte ja und das ziemlich schnell ja ok ich drücke jetzt ok rote 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 Alter. Ah, wieder zu spät. Ja, ich war zu spät. Komm noch mal zurück. Ja, äh, musst du mich zurückholen, ne? Weiß es schon. Warte. Oh, sorry. Sorry, warte, warte. Perfekt. Formidabel. Okay, nochmal hier. Setzen das Rote. Hier. Meine Güte. Okay, ich drücke. Okay, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich schalte einfach mal deine Ansicht an. Dann sehe ich nämlich, wann du ihn hast. Ja, ich warte jetzt. Nee, du musst einfach sofort umschalten, ohne dass du irgendwas siehst. Ja, warte. Okay, ich renne jetzt los. Jetzt komm, Rote, Rote, Rote. Ja. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder kurz zurückkommen. Ah, okay. Okay. Gut, hat gut funktioniert. Das hast du aber gerade noch so überlebt. Könntest du mich mal da rüberholen irgendwie wieder? Nach oben? Ja, ich überleg's mir. Moment, Moment. Ja, ja, jetzt warte doch mal. Okay, so. Jetzt ist es hier ganz einfach. Jetzt müssen wir nur noch an die andere Seite und werden nicht mehr getötet von den ganzen... Wupps. Pichern. So, dann geh doch mal. Hier, ja. Auf, los geht's los. Achtung. Ja, auch. Ach so, du bist du... Okay, jetzt musst du die Portale ändern. Und zwar einmal hier und einmal hier. Und du bist... Gut zum Gehen. So, so, so. Und durch die Tür. Schade. Noch zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Yay. Menschen. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Oh, ja, bin ich. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Perplex. Oh mein Gott. Menschen. Ohne zwei Koop in einer Aufnahme-Session. Ach, ja. Ist doch toll. Unterhaltbar. Ah, Gott. Entschuldigung, ich muss mich mal hier strecken. Ja. Und schrecken. Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Danke für den Hinweis. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechner, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Oh mein Gott. Da, da, da kommt gleich mal ein Motor zum Fahren. Okay, ich sehe schon die Schwierigkeit. In die Gare. Oh, der Exit hier. Da muss einer gleich sich rüber katapultieren. Ne, das funktioniert nicht. Das funktioniert. Da müssen wir hier Geschwindigkeit aufbauen. Genau, du musst dir eine Speedstrecke hier aufbauen. Okay. Klopfchen bitte rücken. Ich würde es an die Decke setzen. Mehr, Jack. Mehr. Okay, reicht. Ich warte einfach auf dich. Ja, es wird aber gleich ziemlich übel werden. Ich muss dir jetzt eine Menge Sachen auf einmal machen. Das kann ich mir vorstellen. Ich muss dir jetzt so ein Ding ausfahren. Ja, ich sehe alles. Ich habe die andere Sachen. Dass so eine begrenzte Zeit da ist. Ja. Und dann musst du mich da durchschleudern. Ein bisschen rüber schleudern. Was nicht funktioniert hat. Okay, dann setz nochmal deine Portale. Die Dinger fahren jetzt eh wieder runter. Ja. Du musst auf jeden Fall sofort bis zum Ende des Dings gehen. Dann hole ich den Würfel da runter. Und dann musst du mit dem Würfel wieder auf festen Boden. Okay, also Würfel holen. Gut. Das Problem ist, kannst du in die andere Richtung mal re... Nein, nein, so ist schon gut. Okay. Ich sehe gerade, wie ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Warte. Wird die ganzen Portale hier. Ja, okay, weiter, weiter. Jetzt zum Ende, zum Ende, zum Ende, zum Ende von dir. Ja, ja, ich ball mich. Ich ball mich. Würfel, komm. Jetzt, schnell. Würfel. Und jetzt runter, runter, runter. Oh Gott, oh Gott. Okay, passt, passt, passt. Uiuiuiuiui. Hing doch easy. Der war doch... Also, der war jetzt gar nicht mehr so schwer. Ja, ja, ne. Hast du super gemacht. Souverän. Mensch. Achso, ja, apropos, ne. Mensch. Ja. 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 Diese nächsten Tests brauchen Kooperation. Consequently, they have never been solved by a human. That's where you come in. You don't know pride. You don't know fear. You don't know anything. You'll be perfect. Test chamber completed. Continue testing. Continue testing. Continue testing. The two of you have forged an excellent partnership. Now it's time for your real purpose. Don't disappoint me. Never. Or I'll make you wish you could die. Bye. 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 Vielen Dank.